Mission ist gestartet Leute! Mission gestartet und ich guck mal ob ich hier was hinkrieg heute ne so wird es aber nichts werden ja so wird es nichts werden ja mich hat die in ne Bubbe ganz abgelenkt da war so ne blöde Bubbe die hat mich voll abgelenkt okay oh sorry das bist ja ähm ja sorry dann ne sorry 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 oh der ist abgeschossen worden vom Boden überhaupt von wo überhaupt das ist ne gute Frage ne scheiße oder von da also von da ok dann machen wir weiter hier weiter hier im gehen zack und zack jawoll und prima gleich mit umgefallen ne perfekt oder eins zu eins perfekt mit ich mich selbst in Luft gespreng gerade meng au 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 wo kommt denn ach man da waren Treppen hab ich schon gesehen die Map kenn ich ja noch gar net ne sag ich mal so die ist mir echt neu die Map hier mit diesem bunten Haus hier kenn ich echt noch nicht die Map oh da war jemand da war jemand zack bumm klatsch meine Güte was ist denn da heute wieder los das funktioniert ja gar nicht wieder naja was soll der geizen das ist ja auch mal so der Wille ist da und Mensch da hab ich gedacht das ist immer einer was für mich Achtung feindlicher Dart im Operationsgebiet dann ist es jemand von meinen Leuten sag ich mal so Achtung feindliche Schwebeladung gesichtet Achtung feindliche Drohne nähert sich Achtung feindliche Drohne nähert sich Jungen Pin Oh, Schnuckel, Buckel. Mir fliegt irgendwas durch die Gegend, ey. Ist doch cool, oder? Au, au, au. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Es ging aber wieder in die Hose hier, ey. Also ich meine, jetzt nicht in die Hose, aber... Ne, wisst schon, wie ich es meine, ne? Nicht in die Hose halt. Au, au, au. Sag doch mal, was ist denn da los? Was soll ich Nest sein? Jetzt geh ich mal woanders lang. Zack, den hab ich aber erwischt. Endlich mal was Gescheites hier. In diesem Becken oder was? Cool, hier ist so die... Die Arena, he? Die schalte richtig... Ja, schnuckig aus, sag ich mal. Richtig schnuckig. Mistverdammt, nicht getroffen. Ja, hab ich überhaupt schon mal jemanden getroffen? Oh, einen? Wahnsinn, ne? Ich, wie gesagt, ich treff eigentlich immer mal einen wenigstens. Das haben wir ja letztes festgestellt. Bei Rocket League wenigstens immer ein Tor. Aber gut. Besser als... Uh, was haben wir jetzt für eine Waffe? Ist ja geil. Mal eine andere Waffe zur Auswahl. Und los, hab... Hab gerade keine Dickie, keine Städte dabei. Keine Städte. Oh, nein, vorbei. Mistverdammt, oder? Was ist mit dem? Oh, die ist schön bunten. Die ist ja cool, oder? Eine bunte Waffe. Geil. Oh, wow, 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 wow. Wow. Oh. Scheiße. Bisschen wieder in die Hose. Jetzt geh ich mal da lang. Hm, geh da nicht ab oder jemand lang. Komm jetzt hier aber gut. Mann, Mann, Mann. Verdammt, oder? Verdammt. Ich glitze aber auch nicht immer auf die Karte, ne? Ich mein... Feindliche Vorräte über uns. Aber sollte ich auch immer auf die Karte glitzen, da, ne? Ob da einer ist. Ich kann ja nicht immer so auf die Karte glitzen. Da muss ich ja immer so diesen Nerv dazu sagen, schon mal, ne? Oh, bin schon wieder abgeknallt. Wo kommst du denn noch mal, armer Herr, Mensch? Da muss ich ja echt in... Ach, sag mal. Da muss ich ja echt in Nest sein, hier, ne? Los jetzt. Kommt's drauf an, Leute. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Jetzt kommt's drauf an. Feindliche Schwebeladung gesichtet. Verbündete Konterdrohne nähert sich. Okay. Oh, verdammt, Mensch. Feindliche Drohne gesichtet. Das ist heute aber schlechtes Game, sag ich mal so. Naja, egal, jetzt ist schlimm. Aber ist auch eine interessante Map, sag ich mal so. Diese vielen Buben hier, die machen eigentlich auch ganz, ähm... Ja, wir, sag ich mal. Ganz, ja. Scheiße. Oh, da war gut, 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 da war gut. Yeah, das war ein Doppel, Doppel, Doppelmord, sag ich mal so. Da war echt nice. Jawohl. Oh, was ist jetzt im Ende zu, ne? Komm ich schon richtig so in, in Fahrt, ne, sag ich mal. Aber nee. Ja, leider verloren. Macht ja nix. Bis zum nächsten Mal. Oder wir schauen uns das mal noch kurz an. Dann warten wir mal noch kurz einen Augenblick. Und dann können wir ja das nächste Game starten oder so. Schade. Über den Verbesserungen bestand nie eine Chance. Nee. Stimmt. Naja, dann sag ich bis zum nächsten Mal. Ciao.